Hättest du lieber die Kräfte eines Tigers, einer Schildkröte, eines Phönix oder Drachen? Mit der Jade Armor gibt dir jedes Tier eine andere und richtig coole Fähigkeit. Du hast die Wahl! Was möchtest du sein, um Lan June dabei zu helfen, Crimson Lord zu besiegen? Werde zum Helden mit der legendären Jade Armor. Nur bei Cartoon Network. Untertitelung des ZDF, 2020